Das muss ich filmen, das lobt man ja ja keiner. Schedenplatz. Umsteigend zu U1. Das ist ja geil. Das sieht hardcore aus, Anna. Und auch die Glutte. True, we'll be having fun. Die Flortbrecher, die die Flortbrecher, die in der Zuchtmachtelungin, so schämen. Die Flortbrecher, die Flortbrecher, die Flortbrecher zu spuren. Die Flortbrecher, die Flortbrecher, die Flortbrecher da, ist es, was ihr zu lernen? Die Flortbrecher werden einfach im Knochenmacher. Die Flortbrecher, die Flortbrecher, die Flortrecher, die Flortbrecher mit einigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung, wir machen mal alle Türen auf hier, so, jetzt machen wir mal eine hübsche Begehung dieses wunderschönen Zuges, ich meine, das ist ja total geil und, äh, ja, die neue Flexi, die Knautschbeck. Also Bombardier muss man ja sagen, Respekt, das ist Qualität. Der Zug, da kannst du sagen, das ist wirklich mein Gelenktrieb, weil so Gelenk ich muss der erstmal sein. Da haben wir wieder, Bombardier. Die kriegen einfach nix vernünftiges hin. Die Hamsterhonen. Dit, dit sieht so geil aus, wenn du den Zug von der Seite siehst, das ist ein Knaller. Alleine schon, alleine schon die Hamsterhonen und alles. Leck mir die Bollen, sieht dit geil aus. Ey, unbiss. Man müsste einen Screenshot direkt machen für den Wallpaper. Mega geil. Papa geil.